Einen schönen guten Morgen! Der Winter hat langsam auch in unserer Gegend Einzug gehalten und wir werden uns heute auf die Suche nach dem ersten Schnee begeben und dafür werden wir heute auf unserem Hauswerk, aber nicht auf dem halben, nicht auf dem dreiviertelten, sondern auf dem ganzen Hauswerk. Bereits beim Sommerparkplatz gibt es erste kleine Schneeflecker, aber ich glaube, auf dem Ochsenstall wird dann richtig eine schöne, zwar noch nicht beschlossene, aber halt ein bisschen Schnee sein und wir freuen uns, dass ihr uns begleitet und wünschen euch viel Spaß bei unserer Wandlung auf dem Guck. Guck, Guck, Guck! Waaah ha ha! Bissi Komm her! Nein, komm her! Da, da, da! Komm her! So, Mai, Lau, komm her! Da, hör zu mir! Der Dreiviertelte Hausberg ist zumindest gleich einmal geschafft. War eine ganz schöne Schneestapferei heute. Das war's! 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 Musik So ein schöner Stein, na das ist cool. Was du da alles findest, Meiler. Nach einer aufregenden Schneestapferei sind wir nun glücklich und sicher wieder zurück beim Start- und Ausgangspunkt unserer Wanderung. Musik 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 Musik